Lebenskunst, bewusstes, autarkes und freies Leben Hallo und herzlich willkommen bei Lebenskunst, bewusstes, autarkes und freies Leben. Heute geht es um das Thema Dünger, ganz speziell um natürlichen Dünger und hierbei um eine weit verbreitete gesellschaftliche Meinung beziehungsweise eine Meinung, die sehr viele vertreten, die Obst und Gemüse anbauen. Und zwar, dass sich die Ausscheidungen von Tieren als auch von Menschen bestens dafür eignen, um zu düngen. Das heißt, einen guten Nährboden für die Pflanzen, die man anbaut, zu schaffen. Und das ist an sich erstmal eine völlig richtige Aussage. Man muss aber sehr, sehr stark differenzieren. Denn das erste Problem, was ich sehe, ist, dass Ausscheidungen Ausscheidungen heißen, weil sie aus dem Körper rauskommen und weil sie dort auch draußen bleiben sollen. Das heißt, sowohl der menschliche als auch der tierische Körper haben die Funktion, alles das, was nicht in deren Körper gehört, nach und nach auszuscheiden. Entweder durch den Stuhlgang oder durch den Urin. Jetzt ist es natürlich so, dass da immer noch Nährstoffe drin sind. Und viele sagen sich, ja, das ist zum Wegschmeißen zu schade, denn es sind ja noch Nährstoffe drin, die ich meinem Boden zuführen kann. Ja, das ist auch richtig. Das Problem ist aber nur, dass da eben nicht nur Nährstoffe drin sind, sondern es sind eben auch Gifte drin. All die Gifte, die du in deinem Körper hast, die durch dein eigenes Entgiftungssystem im Körper als auch das Entgiftungssystem des Tieres über die entsprechenden Wege ausgeschieden wird. Und natürlich haben wir trotzdem Nährstoffe. Aber jetzt überlege doch mal, möchtest du einen Nährboden schaffen, der einfach immer wieder mit Gift angereichert wird? Ich denke mal nicht. Und das ist der erste Punkt, über den sich viele Menschen keine Gedanken machen. An diesen ersten Punkt knüpfe ich direkt an. Um was für Gifte handelt es sich denn? Hierbei ist im Prinzip alles möglich. Denn es hängt davon ab, was das Tier oder was der Mensch ist und in welcher Umwelt er sich aufhält. Bei Menschen ist es so, dass die Umweltgifte sehr, sehr stark immer wieder abgebaut werden. Das hängt natürlich auch davon ab, wie gut dieser zweiphasige Entgiftungsprozess des Menschen funktioniert. Denn habe ich diese zweiphasige Entgiftung zwar vorhanden, wie bei jedem Menschen, aber funktioniert Phase 1 oder Phase 2 nicht so, wie eigentlich normalerweise gedacht, dann werde ich sehr viel im Körper zurückhalten. In diesem Fall wäre es dann tatsächlich eine gute Möglichkeit, Urin und Stuhlgang zu nutzen. Da das aber nicht außerordentlich viele Menschen sind, die hierbei wirklich große Probleme haben, erübrigt sich das Ganze. Denn wir haben beispielsweise tagtäglich mit Glyphosat zu tun. Ob wir das wollen oder nicht. Denn wir haben natürlich die Möglichkeit, Glyphosat so gut wie möglich zu meiden, wenn wir auch wissen, worin sich Glyphosat überall befindet. Aber wir haben trotzdem immer wieder Spuren von Glyphosat auf unserem Essen. Und solange es nur Spuren sind, kommt der Körper damit wunderbar klar. Denn er kann es ja nach und nach entgiften. Beispielsweise durch den Urin oder aber durch den Stuhlgang. Wenn du jetzt aber deinen Urin und deinen Stuhlgang dafür nutzt, um einen Nährboden zu schaffen, so gesehen das Ganze als Dünger zu nehmen, dann hast du das Problem, dass das, was du dort anpflanzt, natürlich auch wieder mit Glyphosat in Berührung kommt. Das macht so keinen Sinn. Und da kann man natürlich weitergehen. Wir haben ganz, ganz viele Giftstoffe, wie beispielsweise die ganze Mikroplastik-Thematik. Wir haben Probleme, wenn es bei den Tieren um Antibiotika, generell um Medikamente geht. Das ist das Gleiche natürlich auch bei Menschen. Ich werde jetzt aber näher aufs Tier drauf eingehen, weil doch die allermeisten lieber den Pferdemist nehmen, als ihren eigenen Urin zu verdünnen oder ihren eigenen Stuhlgang zu nehmen. Bei den Pferden als auch bei anderen Tieren ist das genau das Gleiche wie bei Menschen. Es ist davon abhängig, was sie essen, weil wenn sie beispielsweise genveränderten Mais bekommen, wenn sie auf einer Wiese das Gras essen, was einfach komplett mittlerweile verseucht ist durch das, was im Boden ist, das heißt der Nährboden, der eigentlich verseucht ist, auch das Thema saurer Regen beziehungsweise unsere netten Kondensstreifen, die wir immer überall sehen. Denn das, was da runterkommt, das geht natürlich in den Boden und ist der Nährboden für das Gras. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das lässt sich ja überhaupt gar nicht vermeiden. Ja, das stimmt. Zu einem gewissen Teil lässt sich das tatsächlich alles nicht vermeiden. Es ist aber die Frage, wie viel möchte ich davon dann auch haben? Und wenn ich eben zusätzlich immer noch Pferdemist nehme und eben vielleicht nicht wirklich weiß, was ist das für ein Gras? Ist da schon mal was großartig umgegraben worden? Ist da schon mal was, ja, Glyphosathaltiges gesät worden? Wie sieht es aus an dieser Stelle mit den Bestandteilen des Bodens? Was ist da alles drin? Weil zum Beispiel das Thema Schwermetalle als auch das Thema Aluminium ist natürlich auch riesig groß, wenn es um den Boden geht. Und dadurch, dass es eben immer wieder regnet, haben wir natürlich immer wieder eine Anreicherung von diesen Stoffen. Jetzt gibt es natürlich Möglichkeiten, dass man eben den Regen gar nicht erst auf den Boden lässt. Das macht aber eh schon niemand mehr, weil sie alle sagen, Regenwasser ist das beste Wasser, das ist relativ arm, das heißt ein relativ leeres Wasser und deswegen gießen sehr viele auch mit Regenwasser. Aus meiner Sicht ein riesengroßes Problem. Da werde ich aber nochmal ein separates Video dazu machen und das Thema Wasser nochmal genauer erklären. De facto sind wir stehen geblieben bei Medikamenten für Tiere, aber eben auch genveränderte Dinge, die sie zum Essen bekommen, eben aber auch die Vergiftung, wenn es zum Beispiel nur Gras, Heu oder was auch immer ist, was die Tiere dann zu essen bekommen. Das, was dann eben dort im Körper auch wiederum ausgeschieden wird, weil es einfach nicht dafür gedacht ist, im Körper so gesehen gelassen zu werden, sondern weil es unbedingt raus möchte, ist auch wieder Gift. Natürlich Nährstoffe plus Gift. Und wenn ich das immer und immer wieder nutze, dann mache ich mir dadurch eigentlich meine komplette Ernte kaputt. Denn das, was ich dann ernte, hat mit Bio, zumindest so wie ich Bio definiere, rein gar nichts zu tun. Und wenn man ja da gar kein Problem damit hat und sich sagt, ja, das ist immer noch besser wie das, was ich im Discounter bekomme an Gemüse und Obst, dann ist ja auch alles gut. Ich spreche jetzt in diesem Video vor allem die Menschen an, die sich denken, dass sie da das reinste Obst und Gemüse mit erzeugen. Denn dem ist nicht so. Es ist für mich wirklich eine Kunst, dass man es so hinbekommt, dass das Ganze weder vergiftet ist, noch dass man eben solche Auswirkungen hat, dass sich eben auch Genveränderungen im eigenen Beet zeigen. Denn auch hier gibt es extrem viele Möglichkeiten, wie das passieren kann. Es liegt eben mitunter daran, dass eben der Boden sehr vielen Umweltgiften ausgesetzt ist. Und da ist so eine Genveränderung eigentlich eine Laune der Natur, so wird es zumindest bezeichnet, um das Ganze zu verharmlosen. Das hat aus meiner Sicht nichts mit einer Laune der Natur zu tun, sondern es ist ein Prozess von immer wieder, ja, der Zufuhr von Giften. Und wenn man das eben so nicht haben möchte, dann muss man unglaublich viel beachten. Und dann gibt es die, die sagen, ja, man kann ja auch aus allem eine Wissenschaft machen. Wenn du das nicht so eng siehst, dann ist das ja für mich und für dich natürlich auch super fein. Dann mach das weiter so. Ich möchte aber einfach dazu etwas sagen, wie ich das sehe und wie ich vor allem das Ganze dann auch handhabe und deswegen eben keinen Pferdemist nehme. Oder beispielsweise irgendetwas vom Schwein, die Gülle beziehungsweise von der Kuh. Ich nehme auch beispielsweise keine Brennnessel jauche, weil ich nicht weiß, was alles in der Brennnessel drin ist. Ganz einfach, weil die Brennnessel natürlich genauso wie alle anderen Pflanzen alles immer wieder aufnimmt. Und natürlich kommt auch auf das, was ich in meinen Hochbeten habe, das runter, was man volksmundlich als saurer Regen bezeichnet. Aber ich füge dem Ganzen nicht immer mehr und immer mehr und immer mehr dazu. Das heißt, ich halte das Ganze so gering wie möglich und in der Zukunft, wenn man das Ganze Jahr um Jahr ausbaut und aufbaut, will ich das auch so gestalten, dass ich gar keine Verseuchung mehr habe durch irgendwelche Giftstoffe, die da auch nicht rangehören. Das heißt auch hier wiederum, ich mache das Ganze nicht perfekt. Ich weiß vielleicht, wie es von der Theorie her in eine sehr, sehr gute Richtung geht, aber auch ich brauche die Zeit und auch die Möglichkeiten, das nach und nach umzusetzen. Und deswegen wollte ich euch das einmal so nur vermitteln, weil es sicherlich einige von euch gibt, die der Meinung sind, dass der Pferdemist das Beste ist, was es gibt. Wie gesagt, von der Nährstoffzusammensetzung her gebe ich da euch eins zu eins recht. Aber es sind eben in den Ausscheidungen nicht nur Nährstoffe drin, sondern auch noch viele, viele andere Stoffe, die da definitiv nicht ins Hochbeet oder generell über den Boden gehören. Das heißt generell nicht als Dünger verwendet werden sollen. Und wie gesagt, bei den Menschen ist es im Prinzip genau das Gleiche. Wenn dein Körper entgiftet, dann macht er das nicht aus dem Spaß heraus, sondern weil er es muss. Und wenn er immer wieder sehr viel ausscheidet und du nimmst das Ganze und düngst damit, dann ist es aus meiner Sicht nicht das, was man eigentlich machen sollte, vor allem, wenn man das Ganze dann auch noch als natürlichen Dünger bezeichnet. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, was du denn verwendest, wenn du überhaupt in irgendeiner Art und Weise Dünger verwendest. Sei es, wenn du eben klein etwas anbaust oder vielleicht auch schon in relativ großen Mengen, was du denn da nimmst und wie es denn mit deinen Bedenken diesbezüglich aussieht, was ich gerade dazu geäußert habe. Würde mich sehr interessieren, deshalb bitte deinen Kommentar, deine Meinung dazu in die Kommentarsektion unter dem Video. Würde mich sehr, sehr freuen. Wenn dir dieses Video gefallen hat und dich zum Nachdenken angeregt hat, ob du das vielleicht in Zukunft so weitermachen möchtest, dann gib dem Video doch bitte einen Daumen nach oben und wenn du Freunde und Bekannte hast, die das vielleicht auch nicht wirklich wissen, es ihnen vielleicht aber auch egal ist, aber es trotzdem vielleicht ganz wichtig wäre, dass sie die Informationen bekommen, dann teile diesen doch bitte dieses Video hier von mir. Solltest du noch kein Abonnent meines Kanals sein, dann hol das doch bitte jetzt einmal nach, um immer wieder Videos zum Thema Selbstversorgung, Autarkie und dem Bewusstsein des Menschen zu bekommen. Solltest du schon abonniert haben, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um auch sicherzustellen, dass du jedes neue hochgeladene Video oder jeder Livestream, den ich starte, angezeigt bekommst. Bis zum nächsten Mal, euer Ingmar.